Lee? Oh. Hoch. Ja. Ganz schön schlechter Traum. Hä? Irgendwie schon. Ich hatte wohl einen prophetischen Traum, hä? Hm. Hallo Salem Frost, grüß dich. Ja. Lee? Hm? Ja, bitte. Ich habe gesagt, wir sind schön. Clem, Leute machen immer sehr gut. Wie? Hm. Nee. Hä? Also entweder ist wirklich Season 2 einfach nur der böse Traum von Clem, oder? Ich bin Angst, Lee. Was kann ich dir sagen, um es besser zu machen? Dass du mir nicht verlassen kannst. Oh, ich würde das nicht tun, ich versuche. Alles wird alles gut sein. Oh, okay, Lee. Oh, okay, Lee. Let's try to get some sleep. Hmm. Okay, Lee. Oh, oh. Wenn sie jetzt die Augen schließt, wo sind wir dann wieder? Verwundet? Angeschossen? Oder ist das Spiel zu Ende? All the dark night. Oh, okay, okay. Verdammt. Äh, Kenny und Jane. Okay, Kenny, Jane, ich und das Baby. Oha, oha, oha. Auch ein Durchschuss? Äh, ey, 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 ey. Äh, ey, 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 ey. Äh, ey. Äh. Öh, ey, ey. Oh mein Gott. Und Bonnie? I knew what they were doing, except trying to get away. Yeah, well, they're gone now. Good fucking riddance. Now that Clem's awake, we should talk about where we're going. We're headed north. What, to find Wellington? You sure talk a lot of shit, but you got a better plan? We head south. Back to Howes. Carver's camp? The fuck kind of plan is that? I think Bonnie said there was more formula back there. And we actually know where it is. And it was overrun by a damn herd. The walkers should be gone by now. It's miles in the other direction. I don't care where we go. Just please, stop arguing. She's the one that's going off. Because you won't listen to a thing I'm saying. What's that? You're talking into my bad ears, sweetheart? Jackass. Oh, I still can't hear you. Look, even if there is some place up here, it could take us weeks to find it. We could get back to Howes in a day. Tell you what, we can turn around just as soon as you pry this wheel from my cold, dead fingers. How's that sound? Whatever. I give up. Get your feet off the dash. Let's play game, Clem. I spy with my little eye an asshole. Your turn. Grow up. Go to hell. I'll pull this fucking car over. Go ahead. You want to die out here? You're both being children. Me? I couldn't see the damn road. You're having trouble seeing a lot of things these days. You shut your fucking mouth. Oh, man. In einem anderen Universum werden sie wahrscheinlich geliebter. I care? I care. Hey, Kay, thank you for the follow. Hey, Kay, thank you for the follow. I can't take this. What? Running away again? What a fucking shocker. In the end, still only care about yourself, right? And where were you when Sarita died, Kenny? Huh? Where were you? I was there. I couldn't... Goddamn you! I love that woman! Who could love you? Look at you. You can't raise this kid. It's scared to death of you. I got this way. Saving your ass from that hell hole. And I would've left you to rot if I'd known what you were. Nobody who died is anyone's fault. We... We all wanted to be together and it just went bad. But we owe it to them to try to make the best of this. I'm sorry, Clem, but I can't put up with this bullshit anymore. Oh, the feeling's mutual. You know the thing about people like you, Kenny? Oh, it's just a bomb way to go off. And it's just a bomb way to go off. Everyone talks about you behind your back because they were afraid of you. That ain't true. Mike, Bonnie, Sarita? Fucking liar, that ain't true! Everyone around you knows that sooner or later they're gonna end up dead. Sarita knew it, I know it, and so does Clementine. I told you not to talk about my family. Fuck you! You fucking piece of shit! What the hell, you son of a bitch! Jesus! Barricade! You okay? I'm fine. How's AJ? He's fine. You sure? Yes. Clem, you alright? Yeah. Kenny, I'm... Wait, hold on. Go around. One of them might have Diesel. We shouldn't stop here. We're running on fumes. Got no choice. When I holler, it's okay. Drive up closer. Anything happens. I'll try to meet you later. Okay. If you're going, go now. Kenny! Genau. Geh mal schön. Ich find's jetzt nicht so schlimm, wenn wir drei übrig bleiben. Wenn wir drei übrig bleiben. Ich kann das nicht mehr machen. Ich bin ernst, Clem. Ich versuchte, aber ich kann es einfach nicht. Ihr beide verliert es. Clem, jeder ist so wie das. Du weißt das. Du weißt das. Ich nicht. Clem, wir können jetzt gehen. Das ist auch nicht richtig. Oh. 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 Ähm. Ja, Walker. Toll. Oh, oh. Oh. Oh, super. Boom. Ja, toll. Scheiße. Oh, oh. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, Mann. Oh, nein! Ich komme ja, ich komme ja! Ich habe den roten Pfeil nicht gesehen. Okay. Super. Ja, toll! Super. Verschluckt. Super. Man sieht und hört gar nichts mehr. Ich bin angeschossen. Oh, das überlegt doch keiner hier. Herrlich. Oh, das ist ein schwarzer Bildschirm. Hey, gute Bude, grüß dich. Hey, Lene, das ist Black, grüß dich. Ehrlich gesagt... Kann ich da nicht drauf schießen oder so? Ja, haben wir schon gedacht, dass es ein Walker ist. Hm. Hm. Oh, wei. Die hatten doch noch zwei Patronen in der Tasche, genau. Das kann doch einfach gehen, oder? Das ist nämlich der Nächste. der Nächste. Puff. Der Nächste. Wir sehen gar nichts mehr. Ach, herrlich. Da ist irgendwo jemand. Ich hab's gesehen. Oh je. Oh, was ist jetzt passiert? Bin ich einfach nur hingefallen? Oder hat jemand was nach mir geworfen? Ja, die meisten bewegen sich einfach so langsam. Komm, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich höre ein Baby. Oder? Hallo? Okay, okay. Eine Brücke? Na, so ein Unterstand. Oh, ein Spielplatz. Oder? Aha. Was haben wir denn hier? Ein Haus. Ein Haus. Oh Gott. Playground. Okay. Ein Spielplatz tatsächlich. Oh je. Wo sind die beiden hin? Oh, Jane. Wo bist du mit AJ hin? Ach, Kenny. Wo ist die? Wo ist die? Er ist mit ihr? Er ist mit ihr? Hm. Jane? Ja, lauf doch einfach raus, du Idiot. Ach. Tiefkühl-Zombies? Es sind zwei Unendlichkeits-Patronen, ja. Hey, German Kitty, grüß dich. Oh, thank Christ. Jane, you okay? Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Jane, wo ist er? Wo ist er? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Was? Dieses Kind versteckt, oder? Ein Mann sieht rot. Oh, oh, oh. Oh. Wie hat da was ausgeheckt? Wie hat da was ausgeheckt? Oh, lass das. Oh, nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit dem Auge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der bringt sie um. Wie hat da was ausgeheckt? Oh, die ist aber auf Gewalt bereit, oder? Oh, scheiße. Schwupp, schuld schon wieder. Ich glaube nicht, dass sie das Kind umgebracht hat, aber sie wollte ihn loswerden, oder? Scheiße. Ich fürchte, wir sind nur mit Jane besser dran als mit Cammy. Komm, Claire, mach das. Ich finde es ziemlich scheiße aber von Jane, dass sie mir das aufgebürdet hat. Ich gehe davon aus, dass es ein Trick gewesen ist. Ich glaube nicht, dass das Baby tot ist. Ich glaube nicht, dass sie das zugelassen hätte, oder es umgebracht hat, glaube ich nicht. Ich glaube ich beides nicht. Ja? Ja? Ich habe dich abgeholt. Ich habe alle abgeholt. Warum hast du mir das gemacht? Hi Camille, grüß dich und vampirischer Moly Pop, hallo. Ich bin so Angst. Ich bin Angst, Clem. Es ist okay, Kenny. Du... Du wirst Kaccha und Dug sehen. Du wirst sie wieder sehen. Oh, du bist immer gut für ein Schmerz. Ach, Mann. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das war ein Trick von der. Yes, we did Camille dung. Are you okay? He's alive. I understand if you're upset. Yes, I am. I was just going to try to talk you into coming with me. I just thought if you saw Kenny like that, you'd know we'd have to leave him. Look, Clem, I'm sorry. I didn't think Kenny would go that far. But it's over now. We're all safe. We're going to be okay. Upset? You're fucking crazy. How could you do this? I had to do it, Clem. You saw how he reacted. I had to show you what he was capable of. I had to show you what he was capable of. He was AJ in danger. And got my friend killed. Just to prove a point? It was a stupid plan. I should never have lied to you. But I thought it was the only way you'd see. Oh my god. Kenny, you have to forgive me. Please. We can just leave all this behind us. Please. I did it for you, Clem. I forgive you, Jane. Thank you. Thank you, Clem. You were right about Kenny. All along, you knew what he was going to do. It's over now, Clem. Let's just put all this behind us. Oh my god. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh my god. Oh my god. End. Im Gelände. Irgendwas wird geladen. Saving. Nine days later. Okay. Wir sind nicht mehr im Schnee. Dann sind wir wohl wieder nach Süden. Oh, Carver. Hier sind wir wieder. Oh. Was ist da? Oh. 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 Das ist dein Ort? Ja, es ist. Wirklich? Ja. Warum? Wir brauchen Hilfe. Mein Junge. Er ist nicht so gut. Was ist mit ihm? Er ist nicht so gut. Er ist nicht so gut. Er ist einfach so gut. Wir haben uns vor zwei Wochen. Wir haben ein paar Tage nach dem Essen ein paar Tage. Hmm. Das ist dein Kind? Wo sind die Mädchen? Warum sind Sie? Whoa. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Er hat sich auf ihn. Das Ort braucht viel Arbeit. Ja? Ja, wir können Sie helfen. Es gibt nicht so viel Essen. Bitte. Vielen Dank. Wir wollen mal wieder zum nächsten Mal hier. Ich weiß, was ich nicht weiß, was wir nicht weiß, was wir hier sagen. Und ich weiß, dass viele Leute hier sagen viele Dinge, aber ich frage auf dich, wie ein Vater. Please, nicht uns dann... Ich weiß, wie wir uns verloren. Ich weiß, Clem. Es könnte jemanden sein. Wir sind wirklich immer wiederартigte. Wir können uns da überfNuchen. Nein? Naja, wie war das? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, schaut euch ruhig um. Dankeschön, Jane. Nicht zu sagen. Dankeschön. Dankeschön so viel. Natürlich. Hat doch ne Waffe. Kuhat. Ja, danke. Hm. Und jetzt? It's the ending. Oha. Oh. 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 Oh, da würde ich auch gar nicht drauf achten, was die Leute mir sagen, was ich tun soll. Oh, Mann. Okay. Gibt hier zwei Entscheidungen, die ein bisschen rausstechen, wie ich finde. Einmal fast alle. Ask to leave with Mike. Also, haben wir nicht. Und, ähm, am Ende mit Jane geblieben. Oha. Okay. Was, was wäre denn der Rest? Ach so, ganz am Ende. Aha, entweder, entweder, äh, bedeutet das, ähm, die waren dann mit Jane alleine und haben die Familie weggeschickt. Oder sie wären, ähm, der Großteil war gar nicht mit Jane unterwegs. Entweder, ja, ich weiß halt nicht, ob, ob es überhaupt eine Option ist, ähm, Kenny am Ende noch bei sich zu haben. Oder ob Kenny so oder so irgendwann weg ist. Ah, 50,9 Prozent haben Kenny erschossen. Also die Hälfte. Gut, die Hälfte haben sich auf jeden Fall dafür entschieden, äh, ihm den Gnadenschuss quasi zu geben. Ähm, die Frage ist, was haben die anderen Prozent gemacht? Sind die dann allein geblieben oder sind die mit Jane zusammengegangen? Aber es ist ja schon eine ziemlich, ziemlich herbe Entscheidung gewesen, fand ich. Ähm, nachdem sie uns quasi betrogen hat. Äh, das Ende kanntest du nicht? Ja, siehst du mal, gut, dass ich nicht gemacht habe, was du gesagt hast, hä? Ging doch noch recht gut mit dem Internet, sagt Fede. So, wir gehen mal ganz kurz hier weiter. Ähm. Ein nicht so emotionales Ende wie die andere, äh, Episode. So, jetzt kommt auch endlich der Abspann. Okay. Ähm. Ich glaube, die Musik ist leise genug, oder? Sonst, sonst mache ich sie noch ein bisschen leiser. Puh, ja, wie fandet ihr es? Wir haben ja 400 Days nicht gespielt. Ich werde es jetzt auch nicht spielen. Ich habe einfach keine Lust, dass die Internetleitung jetzt noch, äh, noch öfter aussetzt. Und es waren ja auch während des Spielens jetzt zwei oder sogar drei richtige komplette Disconnects, ähm, vom Internet. Wir haben uns dann wieder gefunden mit dem Internet. Und ihr habt mich gefunden und ich habe euch gefunden. Aber das ist halt nicht so die Lösung jetzt für heute. Wie gesagt, morgen kommt der Techniker. Ich hoffe, der kann uns was sagen. Ähm. Ähm, beziehungsweise das Ganze direkt aus der Welt schaffen. Wie gesagt, ich lasse mich da nicht mehr abwimmeln. Ähm. Hm. Ich fand die Episode nicht so gut. Also die Season nicht so gut. Die ganze Season nicht. Die ersten beiden Episoden der Season 2 fand ich sowieso ziemlich langweilig. Und was ich tatsächlich ziemlich, ähm, self-twisted. Dankeschön für dein Follow. Ähm, das dauert etwa 30 Minuten bis eine Stunde. Ja, das weiß ich. Also wenn ihr das, also wenn ihr das, ich habe auch schon gehört, es soll nur eine Stunde, 20 Minuten etwa dauern. Wenn ihr das wirklich unbedingt gerne jetzt noch machen wollt, dann können wir das gerne machen. Ansonsten hätte ich es halt am Freitag, bevor wir mit Tomb Raider beginnen, gemacht. Da kannst du ja doch noch früh genug ins Bettchen flüchten. Ja, Syx, macht das. Schön, dass du da warst. Ähm, wenn ihr was nicht mitbekommen habt, nach Bioshock Infinite Burial at Sea, ähm, Episode 2, Season 2, packe ich dann hier The Walking Dead in den Upload bei YouTube. Ähm, how much argumenting is there? Ja, ja, ganz genau. Äh, die ganze zweite Season jetzt hier, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann fast nichts machen. Hin und wieder kamen irgendwelche Quicktime-Events, äh, die waren dann auch so, so, drücke A und jetzt ziehe den, den Trigger nach oben. Oder zur Seite. Oder, also, hä? Da waren noch nicht mal so richtig viele wirklich stressende Quicktime-Events dabei. Und ein paar habe ich sogar voll verkackt und trotzdem ist es irgendwie weitergegangen. Ich fand's, ähm, halt schon ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Das ganz, das Ende war nicht so emotional. Es gab ein paar eklige Sachen so oder so ein paar kurze, schockende Momente. Ähm, gerade die Cliffhanger zu den einzelnen Episoden waren gar nicht mal schlecht gemacht. Aber so alles in allem steht bei mir The Walking Dead Season 2 weit hinter Season 1 zurück, muss ich sagen. Es war weniger Action, mehr labern. Das fasst es ziemlich gut zusammen. Salim Frost wäre für 400 Days, aber du würdest dich auch der Mehrheit anschließen. Das war mehr so ein Action-Story-Game. Ja, stimmt, nach ihm. Das ewige Gezanke, ne? Ehrlich, das hat schon ein bisschen genervt. Falls ich 400 Days doch noch spiele, schaust es dir in VOD an. Ja, mach das. Gute Nacht, Zix. Schlaf stillen. Dazuuitimage Zix. Schlaf stillen. Rab! Tschüss. Schlaf stillen. Hallo.